Vielleicht finden wir den Übergang von der Zadeh, der 90 zu 100, der Kuf, einfach mal darin, indem wir nochmal anknüpfen, dass die Zadeh der Haken, der Fisch, Angelhaken ist, der sozusagen das Urprinzip verkörpert, mithilfe dessen dann der Tzadik, ein davon abgeleitetes Wort, den Seelenfisch des Menschen aus dem Wasser der Zeit an die Luft, an den Geist hervorfischt. Der Fisch, der natürlich sich nicht gerne fangen lässt, natürlicherweise sozusagen den Angelhaken flieht, geködert werden muss, üblicherweise, und doch, wie dann Weinreb sagt, der mystische Mensch, der etwas mystisch faszinierte Mensch, der ist so wie ein Fisch, der sich nach dem Angelhaken geradezu sehnt. Und da geht es dann auch nicht darum, einmal jetzt an Land gefischt zu werden und für alle Zeiten, beziehungsweise für den Rest des dann sehr kurzen Fischlebens, einfach nur noch am Trockenen zu vertrocknen, sondern dieses wirkliche Sehnen nach dem mystischen Erleben ist nicht der eine Moment dieser Offenbarung der Jenseitigkeit, des Zeitlosen, des Ewigen, wie so ein Erleuchtungsmoment, Erleuchtungserlebnis, nach irgendwie stundenlanger Meditation erreicht, das wäre schon wieder viel zu absichtsvoll. Und dadurch, ja, gewissermaßen dem Geist Amaleks entspringen, könnte man vielleicht mit dem biblischen Bild sagen, das Wort Amalek wird zumindest dann laut mancher Deutung vom Wort für sich abmühen, Werke verrichten, nicht unbedingt immer negativ zu verstehen, Amal, Ein, Mem, Lamed, diese Wurzel, ist auch einfach das tüchtige Werkeln, sozusagen, sein Werk verrichten. Aber gerade bei Amalek wird es dann eben eher negativ gedeutet, als, ja, man könnte eben, sagen wir mal, traditionell übersetzten Paulus-Deutsch, sowas sagen wie die Werksgerechtigkeit, das selber machen wollen, dich das abmühen und auch andere immer dazu zu, ja, motivieren, klingt noch zu positiv, eher zu triezen, anzuheizen, zu verführen, und letztlich doch möglichst durch eigenes Schaffenwollen, durch eigene Mühe, durch eigene Leistung, das Leistungsprinzip, eben etwas erreichen zu können, hier in dieser Welt. Aber dann letztlich im Geist hingeben auch in Bezug auf sowas wie die große Erleuchtung, die große Weisheit und was man sich da alles vornehmen kann. Amalek, das allzu Selbstgerichte, sich abmühen, streben, aus sich selbst heraus etwas erreichen zu wollen. Also nicht das ist das, was der wahre Mystiker von diesem herausgefischt werden erhofft, dass er dann am Ziel ist, sozusagen die richtige Entscheidung getroffen hat, indem er in den Angelhaken beißt, sich raufziehen lässt, sondern vielmehr, dass er an Land gezogen wird, dass er aber auch wieder, wie auch immer, ins Wasser kommt, ins Wasser zurückgeworfen wird, neues Wasser findet, vielleicht anderes Wasser. Die Welt, die Erdoberfläche besteht ja nicht nur aus einem Wasser, einem Fluss, wo vielleicht man als der kleine Fisch, der man hier nun mal ist, zufällig, das Schicksal hat so bestimmt, hineingeboren wurde, sondern wenn man dann erstmal diese eigene heimatliche Wasseroberfläche durchbricht, an die Luft kommt, an Land wirklich kommt und das nicht schon für das Ende der Reise empfindet, sondern sich dann erstmal umguckt, Und erkennt man, ja, auch dort ist Wasser, wenn wir es mal mit einem Wortspiel auf Hebräisch sagen können, Schamayim, dort ist Wasser. Und dieses Wort Schamayim ist eben auch der Himmel, die Himmel eigentlich. Denn, man sagt, auch im Himmel ist Wasser. Auch im Himmel ist Zeit. Und das sehen wir ja sogar ganz physisch, durch die Wolken sammeln eben Wasser und lassen es wieder auf die Erde regnen, wie der ewige Kreislauf des Hinabregnens, dann durch Hitze, also durch das feurige Element in der Schöpfung, wieder verdunstend aufsteigend, als dieser Dunst, übrigens ein sehr wichtiges Wort, schon ziemlich am Anfang der Bibel, der Dunst, Ed, Aleph, Dalet, 1,4 geschrieben, auf diese 1,4, so Gott schenkt, kommen wir sicher noch einmal zu sprechen. Wenn wir hier so erzählen von den Zahlen. Jedenfalls dieser Wasserkreislauf, der dazu führt, dass eben durch das Spiel der verschiedenen Luftströmungen, überhaupt der Hitze, letztlich aller Elemente, die Erde, die auch das Wasser, was hier hinunter regnet, wieder aufsaugt, dadurch erst befruchtbar wird. Also diese mythischen vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, spielen in der großen Harmonie der Natur wunderbar zusammen. Und gerade das Wasser, das wir eben schon als Sinnbild für die Zeit und Zeitlichkeit, für das Zeiterleben, wie wir Menschen es hier auf Erden kennen, steht, dieses Wasser ist eben auch oben vorhanden im Himmel. Und so ist es auch schon in dem hebräischen Wort, dort ist Wasser. Man könnte wiederum auch einfach das AIM als die Dualendung verstehen und dann haben wir die zwei Dorte, die zwei Orte sozusagen. Also die Zweiheit, die eben zur Einheit geworden ist im Himmel. Die Zweiheit der Welt, des Hauses, der Bathe, die aber eben als Einheit weiter im Himmel bestehen bleibt. Die Einheit in der Zweiheit, die hier auf Erden eben zunächst einmal nicht so erlebt werden kann von uns. Vielleicht steckt gerade in dieser Einheit in der Zweiheit das eigentliche Geheimnis auch des Menschen, der eben diese Schöpfung, die ganze Schöpfung durch sich selbst, durch seine Rolle, die er einnehmen darf, hier in dieser Mittlerposition als die verbindende Waffe zwischen Himmel und Erde Schomaim Wa'aretz, dass er da eben die Zweiheit, die im Wesentlichen diese Welt, die Schöpfung ausmacht, durch die vollkommene, immer weitergehende Entwicklung in die Zweiheit hinein, zwar erst einmal begleitet, aber dann gerade durch die eigene Entscheidung dennoch umzukehren, zurück zur Heimat, zum Himmel, zum Vater im Himmel zurückzukehren. Das Wort Vater ja auch geschrieben, eins, zwei, Aleph, Vett, Av auf Hebräisch, aber die liebevolle Bezeichnung, die dann ein Kind sein Vater üblicherweise nennt, ist nicht Av, aber das kleine Kind, wie es dann auch in einem der Paulusbrief glaube ich geschrieben steht und wir sind berufen als die Kinder zu sagen, Abba, lieber Vater, also dieses Abba, wo dann die Aleph doch wieder am Ende steht, Aleph, Bet, Aleph, 1, 2 und so zu 1, das ist die Beziehung, die der wirkliche Sohn, der Sohn Gottes, der der Mensch eben ist oder sein kann, dazu ist er jedenfalls berufen, Christus als der Perfekte, der Erstgezeugte sozusagen, der aber als einer von vielen sich selbst verstanden haben wollte, der nicht der Einzige bleiben wollte, sondern nur Einziger in dem Sinne ist, dass er eben der Erste ist, der Erste und der Letzte, in gewissem Sinne, Aleph und Tav mal wieder, jedenfalls diese Beziehung des Abba, der Kosename für den Vater im Himmel oder zumindest der Vertraute, liebevoll aufschauende Name des Kindes, was so voll von Vertrauen auf seinen geliebten Vater ist, der erste Reflex sozusagen, ist dann ganz natürlich, sich an den Vater im Himmel zu wenden, an diesen Abba, der von der Einheit uns alle und sich selbst mit uns in diese Zweiheit, die große, große Zweiheit der Welt gießt, und dann aber wieder zurückführt zur Einheit. Alles 1, 2, 1 steckt schon in diesem Wort, in diesem liebevollen Ruf, nach oben, nach Hause. Und diese Reise von der Zweiheit zurück zur Einheit steckt auch in dem Wort für das Schöpfen, für das Schaffen, wie es ganz am Anfang der Bibel auftaucht und dann besonders in diesem ersten Schöpfungsbericht so verwendet wird, dass Barra, Bet, Resh, Aleph geschrieben, Zahlenwerte also 2, 200 und 1 wieder. Die Zwei steht am Anfang, wie schon gesagt wurde, die Bet, die Zwei, ist auch der allererste Buchstabe überhaupt in der Bibel. Und gerade in diesem Wort Schöpfen, was ja dann sozusagen das zweite Wort in der Bibel ist, im Urprinzip oder im Urbeginn, wenn man es so zeitlich sehen will, Barra Elohim Veta Shomai Veta Oretz. Also, grob übersetzt, im Anfang schuf oder besser eigentlich, schafft Gott, Elohim, der mannigfaltige Schöpfer, die Mannigfaltigkeit der Gottheit, ist am Schöpfen, et, den Himmel, haschomain, et to oretz, et, Aleph taf geschrieben, dieses Wort, taucht des Öfteren, vorsichtig ausgedrückt, in der Bibel auf, grammatisch, heutzutage als bloßer, Objektivmarker oder so ungefähr, ja, ich will schon sagen, verleumdet, das ist natürlich nicht an sich falsch, wenn man es nur so nutzenorientiert betrachtet, aber, das Ad, das Et, das Aleph taf, ist eben als Ad ausgesprochen, auch das weibliche Du, also das Du, was man zu einer weiblichen, zu einem weiblichen gegenüber spricht, so wie eben Gott die Welt, als das weibliche ihm gegenüber, Gott als das männliche Prinzip, die Schöpfung als das weibliche Prinzip, mit Du anspricht, mit dieser innigen Beziehung, nicht irgendwie ein abstraktes Objekt, über das man in der dritten Person spricht, sondern Gott spricht, die Schöpfung, die Welt, und als Hauptrepräsentanten sozusagen, sowohl der Welt, Gott gegenüber, und Gottes der Welt gegenüber, der Mensch in dieser Mittelposition, insbesondere diesen Menschen, spricht Gott natürlich mit Ad an, mit Du, und zwar wohlgemerkt, durchaus des Öfteren, mit diesem weiblichen Du, auch wenn zum Beispiel Jakob, der eindeutig als männliche Person, in der Bibel beschrieben wird, und auftritt, von Gott angesprochen wird, geht die Punktierung, nur daran zeigt sich es, in diesen Fällen üblicherweise, also nicht die, der Urtext der Bibel, sondern das, was dann mit der jüdischen Überlieferung, als die Vokalisierung, die Aussprache dieses Urtextes, uns anvertraut ist, geht dann oft, von einer weiblichen Form aus, also, dir, für dich, würde dem männlichen, gegenüber eigentlich, Lachar, heißen, aber dann steht oft, Lach, das ist eigentlich die weibliche Form, oder genau so, anstatt, Buchar, in dir, durch dich, steht einfach, Bach, bei der Stelle mit der Himmelsleiter, zum Beispiel, kommt so ein Vers vor, den ich jetzt nicht auswendig parat habe, gelegentlich wird übrigens auch Gott, mit dieser weiblichen Form, angesprochen in der Bibel, dann kann man das vielleicht, als, gerade die göttliche Einwohnung, also die weibliche Seite Gottes, die Herrlichkeit Gottes, wie sie hier, in der Welt eben wohnt, Shechina, ist dann der hebräische Fachbegriff, Shechina, vom Wort, Schochen, wohnen, das Wort Schöpfen, davon sind wir gerade ausgegangen, 2, 201 geschrieben, das zweite Wort, in der gesamten hebräischen Bibel, bara, bara, je nach Dialekt, 2, 201 geschrieben, also von der 2 ausgehend, zur völligen, 2 in alle Zukunft hinein, also zur Zweiheit, bis aufs höchste getrieben, bis in die hunderte hinein, und da sind wir dann bei der Rech, die gleich, auch noch ein bisschen angesprochen werden, darf hoffentlich, aber von dieser 2 und dann zur 200, geht es plötzlich, scheinbar gegen jede Vermutung, könnte man sagen, zurück zur 1, denn das ist der Sinn von aller Schöpfung, nicht, dass sie immer weiter sich entwickelt, immer höhere materielle Stufen der Vervollkommnung erreicht, das ist der Evolutionsgedanke, das ist wieder die Schlange, die ewig sich fortsetzende Reihe von Ursache und Wirkung, mit der zwar menschlichen, aber vermessenen Hoffnung, dass es dann am besten auch noch durch unser eigenes Werk, wieder der Geist Amaleks, der da in uns schreit und sich windet, durch unser eigenes Leisten, angeblich noch zum besseren Hinsicht entwickeln, zum immer vollkommeneren, aber wenn wir aufrichtig die Welt betrachten, nach diesen menschlichen Maßstäben selbst, dann kann man das eigentlich nicht wirklich sagen, Kulturen, dem alten Ägypten, die irgendwelche Pyramiden, Kolosse gebaut haben, die wir heute nicht mal mehr wissen, wie man sie überhaupt heute mit modernster Technik bauen könnte, und dann unterstellen wir diesen Leuten, dass sie primitiv damals waren und das mit irgendwelchen, ja, ohne Hilfsmittel und ganz primitiven Techniken geleistet haben sollen. Wenn wir einfach mal vom biblischen Weltbild ausgehen und das jetzt mal spaßeshalber auch historisch, zeitlich, was man bitte im Großen und Ganzen nicht so tun soll, aber wenn man einfach mal die biblische Storyline zeitlich verstehen will, dann ist doch ganz eindeutig, dass es schon anfängt mit einem Fall hinab, aus der geistigen Sphäre sozusagen, aus dem Paradies, wie es ja gerne genannt wird, und dann immer weiter abwärts geht. Die Lebensalter der einzelnen Menschen werden immer kürzer, die Sintflut kommt, die Völker splittern sich immer weiter auf, dann der Turmbau zu Babel, dann die Knechtschaft in Ägypten, dann zwar mal das gelobte Land, was erreicht wird, aber auch dann wieder der Verfall, immer mehr verschiedenste neue Könige in Israel, in beiden, dem dann geteilten Reich, stehen auf, die wieder immer einer schlimmer als der andere ist, immer wird das Böse in den Augen des Ewigen getan, wie es immer formuliert ist, als so eine fast schon Standardfloskel, wie es dem heutigen Leser oder Hörer erscheinen könnte. Also man kann wirklich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie immer bergauf geht, im Gegenteil. Am Ende des Alten Testaments, also der hebräischen Bibel, der schriftlichen Tora im weiteren Sinne sozusagen, am Ende steht eigentlich die Zerstörung des Hauses Gottes auf Erden. die Verheißung, dass es wieder aufgebaut wird, natürlich, aber die Zerstörung. Ja, am Ende die Zerstörung, wenn wir von diesem rein evolutionären, schlangenhaften sich fortentwickeln ausgehen. Aber dem Menschen ist eben gerade das gegeben, diesen Gang der Welt, dem natürlichen Gang der Welt, das Stopp, die Umkehr, den Drang, den Willen, den Mut zur Umkehr entgegenzusetzen. Und das ist eben dann, die Aleph am Ende dieses Wortes, schöpfen, die Eins, die am Ende ganz plötzlich der 200 entgegengestellt wird, dieser Zweiheit in alle Zukunft hinein. Die fast schon ersehnte Zweiheit, kann man ja sagen. Und bevor wir jetzt aber näher auf diese Resch, auf die Zweiheit der Hunderter, 200 eingehen, dann doch lieber den Gang, wie wir ihn eigentlich uns vorgenommen haben, am Anfang und wieder weit abgeschweift sind, schon voreilig waren, wir haben ja gesagt, von der Zadde, der 90, der letzten Stufe, der 10er, also der 9, auf dieser konkretisierten Ebene, der Gegenwart, des direkten, konkreten Erlebens, des Lebensvollzuges, da hatten wir den Haken, der die Fische aus dem Wasser holt, die Menschen, Seelen, im Sinne der Nefesh, und dass dies eben das Wesenselement des Zaddiq ist, also das Geprüften, das Bewerten in jedem Menschen wohlgemerkt. als ich vor nicht allzu langer Zeit gefragt wurde, ob ich denn einen Zaddiq habe, habe ich das noch ein bisschen zu äußerlich verstanden und eher vorsichtig abwehrend gesagt, ja, also, ich bin jetzt niemand, der irgendwie eine Art Guru, wie Guru Wesen unterstützt, und so schön es ist, von allen Menschen lernen zu können, ich empfehle niemandem, sich da irgendwie einen, einen großen Lehrer unter seinen Mitmenschen zu suchen, aber das spricht vielleicht auch nur der Stolz und die Vermessenheit des Schülers, der gerne, ja, unabhängig sein will, der sich an jedem Menschen, der vom Baum der Erkenntnis gekostet hat, am mindestens schlummern ist, meistens auch am morren und sich zu Wort melden ist. Noch etwas später in dem Gespräch, da musste ich dann selber nochmal drauf zurückkommen, dass mir da noch was eingefallen sei, habe ich dann die eigentlich einzig wahre und richtige Antwort gegeben, aber, wie das halt so ist, es hätte sicherlich wirkungsmächtiger geklungen, hätte ich es ganz direkt, spontan, bei der ersten Frage gesagt, aber ja, wer ist mein Zaddiq? Christus, Jeschua, Maschir ist der Zaddiq in jedes Menschen Brust, in jedes Menschen Seele und ob wir ihn so nennen oder nicht, ist dann auch egal, dieses alte Wissen, der Zaddiq in unserem Inneren, der kann verschüttet sein, scheinbar nicht wirken, aber da ist er immer und da ja nun mal Jeschua, einfach der Beistand Gottes, wortwörtlich übersetzt, bedeutet, Jehoshua, der Beistand des Ewigen, die Hilfe, die Errettende, das Errettende Eingreifen des Ewigen vom Himmel her, sozusagen, in diese jüdische Sphäre hinein, und dass dieses Prinzip dann als der Zaddiq in eines jeden Menschen Seele verstanden wird, ist, denke ich, überhaupt nicht weit hergeholt, wenn auch für die meisten Menschen heutzutage, zu abstrakt, obwohl es doch eigentlich nichts Konkreteres geben könnte, aber, also von der Zaddiq, der 90, in die nächste Ebene, in die Ebene der 100er, vielleicht ist das ja auch der Zaddiq, der mit seinem Zaddiq, mit seinem Angelhaken, uns als diese Fische auf die Ebene der 100er, in Richtung Zukunft, in Richtung der Aulam Habba, der kommenden Welt, die natürlich nicht eine irgendwann in der Zukunft nur kommende ist, sondern die ständig am kommen seinde, am ankommen seinde ist, sozusagen, die ständige Bereitschaft zur Zukunft, nicht die Zukunft in der Ferne, sondern die jetzt, in diesem Moment anbrechende Zukunft, das ist eigentlich gleichermaßen das Ende der Zeit, also die Endzeit, und gleichermaßen die Welt, die da kommt, die kommende Welt, die Welt der Wahrheit, aber diese Welt der Wahrheit wirklich zu erleben, ist uns Menschen von der natürlichen Konstitution her erst einmal nicht das Naheliegende. Wir schauen sozusagen in die falsche Richtung, in Richtung der 200, der Zweiheit, in immer weitere, unendlich nicht zu ermessende Zukunftsfernen hinein, Zukunftsweiten hinein, aber wenn wir uns umdrehen, wie es in diesem Wort Borah, Schöpfen, schon drin steckt, dann haben wir doch wieder die Eins dort, und in diesem Sinne, der Hof zur Umkehr, wiederum abgeschweift, noch immer nicht den wirklichen Schritt geschafft, von der Zagel zur Kuf zu kommen, dabei steckt doch die Kuf schon, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte, in diesem Wort Zadik, als das Ende drin, also das Kuf, vervollständigt erst, diese Zadik, den Angelhaken, als Möglichkeit, zu Zadik, der dann der ist, der diesen Angelhaken auch einsetzt, das Potenzial zur Wirklichkeit, zur Anwendung bringt, und da sind wir dann plötzlich schon in der Hundert, also in der Einheit wieder, nun sogar auf der Ebene der Sehnsucht, des immer im Ankommen seienden, zukünftigen, was uns versprochen ist, und, ja, die Kuf, was kann man zu Kuf alles sagen, oder Kof, oder Kof, einerseits, ist sie das Nadelöhr, das Nadelöhr, was man auch so ein bisschen in der Form des modernen, geschriebenen Buchstabens, Zeichens Kuf, erahnen könnte vielleicht, und wenn wir es jetzt mal im etwas biologischen, biologisierenden Sinne sehen, das Nadelöhr, durch das sozusagen die große Entwicklung der Tierheit gehen muss, T, wenn man es historisch sieht, um den Menschen hervorzubringen, und da sind wir dann auch schon bei der anderen Bedeutung, dieses Kuf, denn Kof ist auch der Affe, der Affe im Sinne insbesondere des Menschen, Affens, zumindest wenn man Alfred Liebezahl Glauben schenken darf, sein Andenken zum Segen, Nähe des Affen zum Menschen scheint doch so, so viel näher zu sein, als die Nähe oder Ferne eines Affen zu so, so vielen anderen Tieren, dass man schon kein Problem damit haben dürfte, den Affen mindestens im Prinzip, als das kleine, eine enge Nadelöhr der gesamten mannigfaltigen, insbesondere Tierwelt, aber man könnte vielleicht sagen, der gesamten Biosphäre, inklusive einem vermeintlich niederen Leben, Pflanzen, manche will auch die Steine, Mineralien noch zum Leben dazu zählen, jedenfalls, dass gerade in diesem Affen dieser kleine Schritt möglich ist, der dann plötzlich ein so großer Schritt ist, dass nämlich der Oden Gottes Einzug erhält in die Materie, in den Lehm vom Erdboden, aus dem ja sozusagen alle Tiere des Feldes geformt sein dürften, das aber gerade nur aus dem Affen oder zumindest sehr nah bei diesem Affen aus dieser Form das Gefäß gestaltet werden kann, das dann bereit ist, jedenfalls das Gefäß als Körperlichkeit verstanden, die dann, soweit es uns gegeben ist, diesen göttlichen Seelenhauch aufnehmen darf und den Menschen als lebendige Seele ermöglicht, der Affe also als dieses Nadelöhr der Tierwelt hin zum Menschen und das ist eben diese 100, wo sich entscheidet, ob es da endet, ob sozusagen die Einheit zwar erreicht ist, aber eben die undifferenzierte Einheit und das heißt also, das Tierische am Ende steht, denn das wollen wir ja nicht vergessen, das Tierische Wahrnehmen ist ja durchaus ein Wahrnehmen der Einheit, nur es ist eben quasi das VORMENSCHLICHE Wahrnehmen einer Einheit und so kann vielleicht auch manche vermeintlich mystische Erfahrungen etwas kritisch beäugt werden, wenn es wirklich in der Wirkung zwar noch so angenehm und berauschend wahrscheinlich, aber vielleicht auch begeisternd in einem subjektiven Sinne, also im wohlgemeinten Sinne, mit Geist berührenden Sinne, wenn dieses Erlebnis, dieses vermeintlich mystische Erleben dazu führt, dass man in eine Art vormenschliche Ungespaltenheitsempfindung zurückfällt, also eine Art vegetative Daseinsform, dass man sich zwar wirklich wieder als Eins mit aller Schöpfung, mit aller Umwelt, mit allem Sein erlebt, wie es dem normalen Menschen natürlicherweise, sagen wir mal spätestens, wenn er das Ich erlernt hat, das Ego erlernt hat, im Rahmen seiner kulturellen Sozialisation, die er nötig ist, um nicht sozusagen ein psychisch kranker Mensch in dieser Gesellschaft zu sein, also einem Menschen, der in diesem Sinne gesund ist, ein Norm Mensch, genormter Mensch, der ist zerrissen, der ist herausgerissen aus dieser ursprünglichen Einheit alles Lebens, allen Lebens mit dem Umfassenden, mit der gesamten Natur, das ist dann, was in der Philosophie, zum Beispiel bei einem Helmut Plessner, auch sein Andenken zum Segen als die exzentrische Positionalität des Menschen bezeichnet wird, also dieses aus seinem eigenen Zentrum gerissen sein des Menschen und das als Grundpositionierung, als seine Stellung in der Welt quasi zum prägenden Charakteristikum zu haben zu haben in krasser Unterscheidung zu allem Tierwesen was eben in seinem eigenen Zentrum verweilt nur der Mensch ist so weit aus sich selbst herausgetreten dass er die abstrakte Ebene einnehmen kann sich selbst zu betrachten dadurch aber mit sich selbst nicht mehr eins ist von sich selbst teil abgespalten ist und damit eben auch von der ganzen Natur die ihn umgibt weil er selbst im wirklichen Sinne und das schon ganz körperlich verstanden auch physisch ist natürlich nur ein Teil der gesamten Natur ein Körper ein physischer Körper kann sich noch so sehr als Individuum empfinden er ist und bleibt schlichtweg ein Teil fließend in der Umgebung in der Umwelt solange eben als individuelles als individueller Organismus überhaupt weiter besteht sich behaupten kann gegen diese Umwelt die vermittelt der Entropie eigentlich immer danach strebt ihn sich anzugleichen aber auch das wird jetzt wieder zu weit in dem Sinne fast schon Naturwissenschaft führen aber in die Philosophie sagen wir mal Frage also ist es wirklich ein Fortschritt im geistigen Sinne wenn man das menschliche Zerspalten sein in Geist und Körper in Selbst und Selbst Wahrnehmung in der Form überwindet dass man es sozusagen nur von sich weist und gar nicht mehr annimmt als das Geschenk und gleichzeitig die Bürde die uns vom Schicksal kollektiv auferlegt ist oder ist das nicht vielleicht das Stehenbleiben bei dieser 100 bei der Einheit zwar aber eben bei der Einheit die alles was bis dahin schon geschenkt war wieder verloren hat verloren gibt darauf verzichtet und sich mit etwas zufrieden gibt was unter der Würde des Menschseins eigentlich angesiedelt ist Tiere haben genau darin ihre Bestimmung die Menschen ist sozusagen mehr oder schlichtweg etwas anderes bestimmt und deswegen endet auch das Alphabet nicht bei dieser 100 denn es erzählt ja von dem Exil der Menschheit der Menschenseele als Kollektiv der Seele der Menschheit des Adam sozusagen die hier in der Verbannung ist und es endet nicht nach dem 19 Zeichen sondern nach dem 22 und nachdem dieses 19 Zeichen die Kuf mit der 100 eben dieses Nadelöhr ist ist dass man entweder hindurch geht und zu 2 auf der Ebene der 100 gelangt von der schon einiges die Rede war oder ob man bei dieser 100 stehen bleibt und die 100 dafür zu einem Affen wird zum Menschen Affen aber eben Tier bleibt wird Frage des Standpunkt jedenfalls es sei jedem gewünscht und gegönnt durchzugehen durch dieses Nadelöhr vielleicht als das sprichwörtliche Kamel sogar und wenn ich auch selbst noch weit davon entfernt bin diesem Jesus Zitat die wirklichen Tiefen die sicherlich aus der jüdischen Überlieferung schöpfen abzugewinnen so sei es auch allen die so Gott will dass sie einmal hören werden noch einmal vor diesem Hintergrund anempfohlen darüber nachzudenken nachzusinnen besser durchgegangen durch dieses Nadelöhr der Kuf also bei der Rech bei der 200 angelangt nachdem schon einiges gesagt war zur Zweiheit im Sinne von der bis auf die Spitze getriebenen Entwicklung dieser Welt der Dualität ist dann in dem Wort für Schöpfen Barra quasi das Zentrum der drei Wurzel Zeichen bildet aber was hat es wirklich auf sich mit diesem Rech es ist ja wie so oft erstmal nur der äußere Wert der wir als die 200 also die Zweiheit auf der Ebene der Hunderter kennenlernen das Rech wird aber eben nicht einfach nur R genannt sondern Rech da ist noch ein Sch ein Schien und hier haben wir eine Besonderheit in dem gesamten Alephbet bei allen 22 Buchstaben wie sie aufeinander folgen kommt nicht einmal außer an dieser Stelle vor dass das eine Zeichen in seinem vollen Namen endet mit dem Zeichen was darauf folgt allein durch den sogenannten Ad-Bash Wert bei dem die Aleph mit der Tav der erste mit dem letzten dann der zweite mit dem zweitletzten Buchstaben der Schien mit der Bet mit der Schien quasi vertauscht wird im Zahlenwert zeigt ja auch dass zum Beispiel die Eins im Ursprung mit der Vier in der Zukunft der 400 eng zu tun hat das eine die andere Seite des anderen ist die verborgene Seite und dort zeigt sich dann eben auch dass die 2 des Ursprungs die Beth mit der Schien mit der 3 der kommenden Welt der Zukunft eng verknüpft ist wie auch die 3 des Ursprungs in der Gimen mit der 200 der Resch also der Zweiheit der kommenden Welt eng verknüpft ist in diesem Atabash Sinne in diesem Sinne das eine ist die jenseitige die verborgene Seite des anderen eine verborgene Seite nicht die einzige aber diese jenseitige auf die man vielleicht das Jesuswort die letzten werden die ersten sein und die ersten werden die letzten sein anwenden könnte jedenfalls ist die 200 der Resch durch dieses Schienen was hier da beigesellt ist im vollen Namen des Zeichens eben eigentlich schon im vollen Wert die 500 und die 500 sollte jetzt bei jedem in den Ohren klingeln haben wir schon als den theoretischen Zahlenwert des verborgenen Zeichens des 23 Zeichens kennengelernt so ist also in dieser Zweiheit die ersehnt wird als die zukünftige die 500 des Himmels das war ja der Abstand des Himmels von der Erde der Umfang vom Baum des Lebens diese 500 ist als Verborgenes als Geheimnis schon in dieser 200 enthalten in dieser Reich und wenn wir wieder zurück zum Wort Borah schöpfen kommen wo also diese 200 das Zentrum der drei Zeichen bildet auch die Verführung natürlich denn alles außer dem Menschen dem Menschen zumindest als Möglichkeit in der Realität sind es dann auch nur 2,6 Prozent während die 97,4 Prozent dem Rest der Welt folgen um es mal in einem Bild der Überlieferung zu sagen was hier nur für die die es bereits kennt angedeutet sei diese der Rest dieser Rest Welt folgt ja von sich aus einfach nur der 200 in dieser äußeren Form wo es dann bei der Zweiheit bleibt so wie also schon die 100 die Kuff diese Gefahr in sich geborgen hat nur beim Affen stehen zu bleiben beim höchst entwickelten Tier in der Überspitzung dann vielleicht bei sowas wie dem Übermenschen in einem ja verzerrten Nietzsche Sinne also wie ich hoffe dass Nietzsche es nicht wirklich gemeint hat in den hellen Momenten die Gott ihm geschenkt hat sondern wie es dann von vielen vermeintlichen Nietzsche Interpreten ja teilweise fatal eben verballhornen wurde und daraus sowas wie ja die Comic Figur Superman ist ja auch sich auf diesen Übermenschen von Nietzsche berufen und überhaupt alles was man so als Transhumanismus ja teilweise wirklich scheinbar ersehnt so traurig es klingt also als eine Art Überwinden des Homo Sapiens in einer Fortentwicklung zu einem besseren teilweise mit irgendwelchen Maschinen gekreuzten Wesen das ist vielleicht dann die überspitzte Form von diesem Affen als Höhepunkt der menschlichen Entwicklung der Kuff und die Rech ist dann zwar noch ein Durchbruch durch diese Schranke also noch das Kommen durch das Nadelöhr hindurch aber wenn man dann stehen bleibt wenn wir dann stehen bleiben sind wir eben da wo die Welt ohne den Menschen als höchstes hinkommt so ist also die 200 die Rech in ihrem äußeren Wert nur immer noch etwas gefährliches und das kommt dann kommt das führt uns dann auch vielleicht ganz gut zu dem einerseits piktografischen Symbol was wohl ursprünglich geschrieben gezeichnet wurde um dieses Zeichen zu versinnbildlichen nämlich einen menschlichen Kopf im Profil gezeigt also ein menschliches Haupt und was dann auch vom Wort Klang her sehr ähnlich ist im Hebräischen zwar nicht nur einfach Rech hingeschrieben vom Klang her Rech ist es nicht so weit entfernt vom Wort Roche ist das Wort für Kopf also für den menschlichen Kopf das Haupt auch für naja als Wurzel von Worten wie Prinzip und Anfang benutzt also der Anfang das erste ist das Prinzip Reshit wie eben beim Anfangsvers der Bibel der Reshit im Prinzip die bessere Übersetzung als im Anfang oder am Anfang jedenfalls ist bei diesem Roche Kopf noch eine Alef eingefügt zwischen die 200 und die 300 also die 501 schon der eine Schritt die Einheit des Ursprungs könnte man vielleicht auch wieder sagen noch noch Zentrum dieser 500 platziert sich wieder findend aber einfach nur vom Wort her ist eben Roche der Kopf das Haupt des Menschen Sitz des Gehirns das Gehirn Moach im Hebräischen von der Wurzel Macha oder die Wurzel des Verbes des Wortes Macha was so viel wie Austilgen Löschen bedeutet denn was macht das Gehirn es muss große Teile der wirklichen Realität ausblenden sei es jetzt im geistigen Sinne verstanden die geistige Realität sich auf das physisch und logisch rationale sehr stark zumindest fokussiert und beschränkend aber sei es auch im Sinne der Ordnung von Sinnesreizen in dieser physischen Welt kann das Hirn ja uns nur ein Bild von der vermeintlichen Umwelt liefern in dem eben ganz stark selektiert selegiert wird welche Sinnesreize uns überhaupt bewusst werden und das weite Feld des Unbewussten was zwar sicherlich durch das Gehirn durchgeht aber was eben von dem Gehirn getilgt wird für unsere Wahrnehmung um uns überhaupt verarbeiten lassen zu können was da alles so um uns herum zu geschehen scheint in diesem Sinne also Gehirn Moach mit der Tätigkeit des Ausradierens sozusagen ganz eng verknüpft und dieses Werkzeug wichtiges Werkzeug aber eben auf seinen Platz zu verweisen findet sich im Schädel im Roche im Kopf im Haupt des Menschen jedes Wirbeltier natürlich aber jetzt schauen wir uns den Menschen an denn die Rech hat ja als piktografisches Symbol gerade den menschlichen Kopf im Umriss und so ist eben dieser Kopf nur als äußerliches Rech verstanden die 200 und damit wieder diese Gefahr und ich denke jeder der sich ein bisschen mit der Bibel mit allgemein geistigen Themen auseinander gesetzt hat kennt diese Gefahr zu kopflastigen Bewertens Urteilens und erst recht ja zerdenkens wirklich also wo zwar alles ganz korrekt logisch auch richtig vonstatten geht wo aber man sich so in die Details verliert dass eben wieder das Ganze die Ganzheit das oft eben Wesentliche dadurch ausradiert erscheint ausgeblendet jedenfalls ist und man sich in diesen Details verliert verheddert quasi in den ganzen Synapsen und Verknüpfungen die da durch die Begriffsnetze die man sich gebildet hat gestrickt hat so ja wie das Spinnennetz erscheinen aber auch das hat natürlich seine guten Seiten dafür fängt sich schließlich auch die ein oder andere Fliege drin und gerade die Fliege gegenüber der Spinne mit ihren Achtbeinen die Sechsbeine und damit die Sechsheit repräsentierend ist eben tendenziell eher mit dem Bösen assoziiert mit ja dem Belzebub ist ein bekannter Begriff ein quasi Synonym für den Teufel geworden und Baal Sebub Herr der Fliegen der Besitzer der Fliegen wird von manchem mit Fliegen quasi ein Urbild für Krankheitserreger gemeint ist also die modernere Bezeichnung für den Herrn der Fliegen wäre der Herr der Bakterien und Viren und in dem Sinn also die körperliche Krankheit den Angriff durch diese unsichtbaren weitgehend aber in Massen auftretenden Feinde Feinde des Lebens und der Gesundheit repräsentiert eben in diesem Aspekt des Widersachers des Teufels oder des Satans sie fliegen also in eine Anekdote zur Zerstörung des Tempels wird dann gesagt die waren es die eigentlich erst die Zerstörung mehr oder weniger aus Versehen hervorgerufen haben in dem eigentlich die Babylonier gar nicht direkt vorhatten den Tempel zu zerstören die wollten ihn vielleicht plündern oder meinetwegen auch irgendwie Schänden entweihen aber ihn zerstören vielleicht waren sie dafür eigentlich zu kulturell hochstehend um so ein wertvolles Kulturerbe auch zerstören zu wollen es war dann also so so sagt diese kleine Geschichte dass nur irgendwie zufällig ein kleines kleines Feuer am Rande vielleicht noch vor dem Tempel oder am Eingangsbereich angefangen hat zu kokeln und die kleinste Flamme dann ausgereicht hat dass Fliegen durch sie hindurch geflogen sind dabei selbst in ihren Flügeln in Brand geraten sind und wie Fliegen halt so sind weiter geflogen in ihrer ziellosen Panik und einen Vorhang nach dem anderen innerhalb des Tempels angesteckt haben mit ihren brennenden Flügeln und so sich erst der Brand überhaupt ausweiten konnte und gefährlich werden konnte und die Spinnen werden dann erwähnt als gerade die die den Tempel zu beschützen versuchen die spinnen noch ganz schnell ihre Netze um eben diese brennenden Fliegen aufzuhalten aber wie wir wissen aus dem Ausgang der Geschichte es hat nicht gereicht am Ende sind zu viele Vorhänge in Brand geraten das Feuer nimmt überhand das Gold schmilzt fließt geradezu heraus aus dem Haus Gottes und der Tempel wird verwüstet und das beständige Opfer das Tamid endet wird nichtig und so endet dann auch überhaupt das Leben der Menschheit in einer Sphäre wo noch das Ewige wirklich leibhaftig unter uns wohnt und nur in dieser Sphäre die dort geendet ist kann man tatsächliche Opfer darbringen wie es in den plastischen Bildern der Bibel beschrieben wird wo Tiere geschlachtet werden nach ganz minutiösen Angaben das alles das findet immer noch statt aber bitte bloß nicht in dieser physischen Realität in dieser physischen Welt in der wir hier leben wo der Tempel zerstört ist denn dort darf überhaupt nicht dieser Art von Opfer gebracht werden das steht übrigens auch schon in der Tora selbst auch in den gängigen Übersetzungen so drin nur dort an dem Ort wo der Ewige diesen Ort erwähnen wird dort seinen Namen wohnen zu lassen sind diese Riten praktikabel praktizierbar und diese Realität hat aufgehört im Äußerlichen für uns zu sein das ist quasi eine Art was wir von unserem jetzigen Standpunkt als Traumwelt bezeichnen müssen wo dieser Tempel noch steht wo die Leviten ihre Lieder singen während die Stufen hoch geführt wird das Tier und dann in dem entscheidenden Vorhof der Opfer darbringende das Opfer auch selber unter Anleitung des Priesters schlachtet das Opfer Tier und das Tier steht immer für unsere eigene körperliche Existenz die dargebracht wird als das heilige Schlachtopfer das dem ewigen wohl gefällig ist dem Logos entsprechend wie es an einer Paulus Briefstelle heißt dies ist der vernünftige Gottesdienst dass ihr eure Leiber darbringt als heilige Ganzopfer oder so ähnlich das Wort vernünftiger Gottesdienst ist eben Logikos auf Griechisch dem Logos entsprechend dem Worte entsprechend soll der Dienst an Gott sein und das ist eben nicht sonntags oder am Sabbat in irgendein Steingebäude zu gehen was vermeintlich heute diesen Tempel zu ersetzen vermag und dort dann was auch immer zu tun das ist ja alles schön und gut versammeln darf man sich und soll man sich mit Gleichgesinnten zur Entbauung zum Lobpreis zum Studium was es auch sei aber bitte nenne man nicht das Gottesdienst das mag ein kleiner Aspekt vom umfassenden Dienst an Gott sein aber man beschränke den Dienst an Gott nicht auf zwei Stunden in der Woche Gottesdienst Tempel der Tempel der zerstört wird trotz dem waghalsigen Einsatz der Spinnen die Fliegen mit den feurigen Flügeln aufhalten wollen das Gehirn das im Kopf sitzt das zu verkopfte Denken die 200 nur äußerlich der Kopf nur mit dem äußerlichen Denken des Gehirns operierend den Kopf verabsolutierend das alles ist also diese 200 ohne die Schien die sie zu 500 vervollständigen könnte wenn man also in diesem Sinne bei der Rech stehen bleibt könnte man vielleicht sagen hat man nur die eine Hälfte des Gehirns die linke Gehirnhälfte dann laut den Neurologen die sozusagen das logische Denken das ja wie soll man sagen das digitale Denken sehr gut beherrscht und anwenden kann aber auf der anderen Seite in der rechten Gehirnhälfte findet eben das assoziative statt das synchrone Denken auch das intuitive Erfassen was auch durchaus vom Gehirn ausgehen kann jedenfalls wenn wir es auf dieser biologischen Ebene sehen das synthetische Denken gegenüber dem analytischen Denken auf der anderen Seite auf der linken Seite das analytische also das zerklüftende auseinandernehmende eben analysierende dagegen das synthetische das rechte Denken das immer zusammenführende das die Einheit suchende den Gesamtzusammenhang suchende den das Einordnen in den Rahmen suchende und da finden wir dann eben vielleicht diese Schiene die aus dem bloßen Resch wirklich die volle Resch mit dem Wert der 500 machen kann und so sind wir dann bei der Schiene zu der schon das ein oder andere gesagt war im Rahmen des traditionellen Kopfschmuckes der orthodoxen Juden wie es vielleicht mancher nennen würde diese Tefilin am Kopf Tefilin Sherosh heißen sie dann auch die eben jeweils ein Schienen links und rechts haben wobei das linke Schienen aus vier Armen besteht was eigentlich nicht die normale Schreibweise ist das rechte das normale mit den drei Armen ist drei Armen besteht von denen die zwei rechten waffs also der Buchstabe waff jeweils sind und der linke ein sein und die alle in ihrem Fuß sozusagen in einem Wurzelpunkt münden und damit hätten sie also den Zahlenwert 6 plus 6 plus 7 also 19 zu 19 und überhaupt zu einigen Zahlen jenseits der 1 bis 9 und deren Wiederkehren in den 10ern und 100ern sogar Schenk noch einmal zu etwas späteren Zeitpunkt an dieser Stelle einfach nur der Hinweis dass eben die Schienen einmal in ihrer regulären Form auf der rechten Seite dieser Kopf Tefillin zu finden ist also dadurch quasi mit einer Art 19 im Zahlenwert der einzelnen Zeichenelemente und bei der anderen ist noch einmal eine 6 hinzugekommen eine Waff ein vierter Arm wodurch es dann also 25 der dann 25 plus die 19 haben wir dann die 44 die auch eine bezeichnete Zahl ist was vielleicht noch interessant ist das Schienen jetzt als Wurzel aufgefasst aus den zwei Zeichen Schienen und Nun also 350 das dann eben auch der voll wert dieser 300 im äußeren wert dieses Zeichens Schienen dieses 21 Zeichens diese 350 so viel sei vielleicht noch angemerkt also die 35 auf der nächsten Ebene und 35 wird denke ich als allererstes mit dem Wort Agal assoziiert Gaal ist der Erlöser das Erlösen eigentlich besser Goel ist dann schon der Erlöser das Tätigkeit des Erlösens und wird geschrieben mit der Gimel mit der Alef Lamed also mit der Gimel Lamed das ist die 3 und die 30 das ist Gall das ist die Form die fließende Form auch die Welle auf dem Wasser jedenfalls die auch das Runde Gilgal ist Gilgul ist dann der Kreislauf der Wiedergeburten wenn man dieses mythische Bild annehmen möchte Galil ist Galiläer und auf jeden Fall Gall ist die fließende Form dieser Welt das ist also die 33 und wenn in diese fließende Form dieser Welt und in das bewegte Leben dieser Welt die Einheit kommt und zu dessen Zentrum wird also die Alef in die Mitte zwischen die 3 und die 30 dieser zwei Zeichen gestellt wird dann haben wir das Gaal das Erlösen die Erlösung und das ist dann also der Zahlenwert 34 die Alef die 1 fügt sich also zur 33 der fließenden Form hinzu und wird zur 34 und wenn wir dann eine weitere Alef vorne hinstellen haben wir die erste Person Singular also also das ich erlöse Agge all und das ist die 35 das ist also eine durchaus selbstbewusste Aussage natürlich könnte man sagen Gott spricht diesen Satz dieses Wort was schon ein ganzer Satz ist in der Übersetzung oder der Messias spricht es spricht es auch ohne es auszusprechen einfach durch sein Werk durch seinen Wandel Agge all 35 aber vielleicht zeigt sich er dann in dieser 35 gerade auch für die Welt die da kommt also für die nächste Ebene dass es auch der einzelne Mensch ist der diesen Messias in sich lebendig hat in sich annimmt diese Hand die ihm gereicht wird die Gnade die ihm vom Himmel zugeteilt zugesprochen ist und dadurch selber auch diese vermittelte Rolle einnehmen darf wo er eben dazu in seinem Lebensvollzug einmal berufen ist wahrscheinlich am ehesten in den Momenten wo es ihm überhaupt nicht bewusst ist wer sowas erzwingen will ist wieder ganz schnell bei Amalek beim Leistungszwang angelangt und geht auf ihr wegen und die 350 und die 35 genau genommen ist ja schon die 35 die 3,5 des Ursprungs in der Gegenwart und dann eben die 350 diese 3,5 in der Zukunft in der Welt die da kommt in dem Ersehnten Erhofften und hoffentlich einst Erlangten und diese 3,5 hat ihre Bedeutung darin dass sie der genaue Mittelpunkt der 7 ist also der Punkt an dem der Mensch in jedem Moment seines bewussten Lebens stehen darf wo er die Entscheidung hat entweder weiter in Richtung unendliche Zersplitterung in die Vielheit hinein in die 200 in die Welt der Zweiheit bis zum bitteren Ende oder besser gesagt bis in die Unendlichkeit hinein zu gehen oder doch sich umzudrehen den Blick zurück zur Einheit sich zum Himmel zu erheben und aber lieber Vater 1 2 und dann zurück zur 1 sich zu sehnen und dann geht er eben den Weg wieder zurück und anstatt von dem Punkt der 3,5 weiter zu gehen die restlichen 3,5 die 7 voll zu machen und sozusagen für immer in dieser Welt des siebten Tages zu fahren geht er den Weg zurück und dieser Mittelpunkt der 7 die 3,5 ist überhaupt die Welt in der wir leben da spielen noch so viele assoziationen sowohl der zahlen als auch der hebräischen wörter mit rein die jetzt hier nur mit ein paar schlagworten vielleicht kurz angedeutet werden können oder sollen die 350 ist nämlich nicht nur der wert von schien als zeichen auf schien und nun geschrieben sondern auch vom wort afar und dieses afar ein rech geschrieben ein p rech das ist der staub und zwar der staub auch im sinne von der erde als viertes element also die namen der vier elemente erde wasser luft und feuer entsprechend dann im hebräischen den wörtern afar staub für die erde main wasser für das flüssige ruach für die luft den wind für die luft und es das feuer für auch das feuer afar mit dem zahlen 350 ist der staub die erde das festeste der vier elemente und von diesem wort afar abgeleitet ist auch das wort für das metall blei offeret und gerade dieses blei ist das siebte in der reihe der metalle also wenn wir die metalle den wochentagen zum beispiel zuordnen dann haben wir die sonne des sonntages des ersten tages der woche mit dem gold natürlich assoziiert den montag den mond mit dem silber dann das eisen für den maastag den mardi den dienstag den dritten tag dann das quecksilber für den vierten tag mercury mercredi mercoledie dann das zinn für den donnerstag dann das kupfer die bronze auch für den sechsten tag den ominösen und auch die venus als planet noga im hebräischen die erscheinenden aufleuchtenden und dann eben als siebten tag als sabbat den saturn als den planeten und zwar das und dann das blei als das zugehörige metall und dieses wort offeret ist eben sowas wie das staubige ihn versteckt eben da auch wieder der bezug von der siebenheit der sieben tage zur dreieinhalb als dem mittelpunkt den man immer steht und die wahl hat zwischen der umkehr oder dem verloren gehen dass das wort staub erfahren auch als den buchstaben ein für sich genommen und dann dem wort fahren gelesen werden könnte hat dazu folge das ein das hat mich schon angesprochen das auge aber auch die quelle also die quelle von fahr peres und das ist die wurzel für das wort frucht bringen aber auch ein wort für zufall wie das fest purim im judentum mit den losen dem zufall also zu tun hat und zufall und frucht liegen vielleicht näher beieinander als man das gemeine vielleicht vermuten würde jedenfalls als die quelle der frucht der fruchtbarkeit könnte man auch den staub und damit eben diese welt des vierten elementes verstehen und ja in dieser festesten der welten leben wir handeln wir denn es ist die welt des tuns die au-lam asia oder wie am ende des ersten schöpfungsbericht gesagt wird so schuf gott die welt auf dass es sich tue la sot und dafür steht diese dreieinhalb auch das waren jetzt viele assoziative verknüpfungen wiederum bitte daraus keine lehre konstruieren wollen sondern diese dinge versuchen einfach nur aufzunehmen immer mal wieder auch wieder käuen wie es die reinen landtiere ja tun die müssen ja wieder käuer sein laut der weisung des ewigen damit wir sie verzehren in uns aufnehmen können und auferbaut werden können von diesem aufnehmen immer wieder solche dinge die man hier aufnimmt wieder käuen aber dann auch nicht irgendwie sie wieder ausspucken und sie analysieren sondern einfach noch mal hochkommen lassen und dann wieder schlucken und so darauf vertrauen dass sie schon ihre aufbauende wirkung in einem selbst entfalten werden so Gott will und ja vielleicht kommt hier und da mal so ein Geistesblitz und man hat den Eindruck jetzt hat man irgendwas wirklich begriffen ergriffen verstanden und zieht seine Konsequenzen raus und darauf kommt es ja letztlich an dass man dann auch Konsequenzen zieht aus dem was man für richtig erkennt erwählt wir übernehmen die Verantwortung für jede Wahl die wir treffen und die Wahl fängt an wo wir gedanklich eine Wahl treffen soviel erstmal zu dreieinhalb die dann die 350 als der volle Wert der Shin auch ist die Shin aber das sollte noch gesagt werden die Wurzel Shin nun Shen auch hat vielleicht so viele Mehrdeutigkeiten wenn man in einem Buch in einem Wörterbuch wie dem Standardwerk dem Gesenius zum Beispiel nachschaut wie vermutlich kaum oder keine andere Wurzel das alte Hebräische sonst spontan fallen mir da ein eben der Zahn ich glaube Shen Punktiert aber auch Shana das Jahr also der Jahreslauf der Jahreskreis das sicherlich her sich leitend vom Wort Shana dem Wiederholen dann steckt aber auch das Wort Schlafen hier Shen Schlummern Schlafen mit in dieser Wurzel drin dann hat das Shin die Besonderheit dass es auch eine Variante der Aussprache mit S also quasi mit Samech gibt dann wird zu Hilfe ein Punkt links oben über dem Shin gemacht anstatt rechts oben rechts oben ist das Shin also die rechtsseitige Aussprache ist das Shin die linksseitige das Sin und mit diesem Sin ist die Wurzel noch einmal produktiv und da kommen dann Wörter wie Hassen zum Beispiel zur Geltung hervor ja also schlafen wiederholen auch das Lernen von dem Wiederholen sich ableitend ist dann in dieser Wurzel enthalten die Mishnah zum Beispiel ist ja die Wiederholung ja bestimmt noch einige die mir jetzt gerade nicht einfallen was vielleicht auch noch als letzten Punkt genannt sei ist die Form die eben schon angedeutet war mit diesen drei Armen die in der Wurzel einzeln aber halt nach oben hin aufgefächert das auch glaube ich im piktografischen Symbol ursprünglich aber immer noch in der modernen Form sicherlich sich irgendwo niederschlagend die Form einer Feuerflamme zu erkennen ist auch dass das Wort für Feuer Esch eben diesen Schien Laut sehr prominent hörbar trägt ist damit sicherlich zusammenhängend also Esch geschrieben Aleph Schien also die Eins und die 300 und von diesem Wort hier übrigens die Wörter für Frau und Mann abgeleitet also Ich ist der Mann der Feuerige wortwörtlich und Ischa ist die Frau entweder die feurige einfach die weibliche Form des Mannes oder das He was hinten angefügt wird was dann als A aber ausgesprochen wird Ischa was zwar einerseits die Weiblichkeit anzeigen kann aber in anderen Fällen kann es auch eine Art Lokativ oder Allativ grammatisch ausgedrückt verkörpern dann ist es hinzu etwas dann wäre also Ischa auch Escha hin zum Feuer bedeutend und wenig überraschend ist dann auch eine Bezeichnung für ein Feueropfer genauso geschrieben wie das Wort für Frau also Ischa als Feueropfer Ischa la Adonai ein Feueropfer für den Herrn ist gleichzeitig auch eine Frau für den Herrn also vielleicht mal das im Zusammenhang sehen mit dem Thema der Hochzeit des Lammes im Neuen Testament insbesondere in der Offenbarung oder einfach der Bräutigam als der Messias der Messias als der Bräutigam und Opfer auch das Feueropfer bitte wiederum nicht so sehr als irgendein Tier was da geschlachtet und verbrannt für zu verstehen sondern das Wort Opfer im Hebräischen in der Grundbedeutung Opfer also das allgemeine Opfer ohne die Spezifizierung Feueropfer ob Ganzopfer ob Speisopfer und so weiter das Wort für Opfer Korban kommt vom Wort sich nähern Karab Kufres Bet geschrieben und ein Opfern ist in diesem Sinne ein sich annähern sich selbst näher bringen näher kommen dem Ewigen und so ist also auch das Feueropfer ein durch die Hitze des Feuers auch des Feuers des Geistes flüchtig werden aufsteigend und eben empor als lieblicher Geruch für den Ewigen ihm entgegen als Ischa als Feueropfer als Frau so tritt der Mensch dann eben als ein weibliches dem Ewigen seinem Schöpfer als dem Männlichen gegenüber wogegen der Mensch die Menschheit der Natur gegenüber als das Männliche eben vertreten das Männliche Prinzip gibt was dann wiederum eine Stufe höher der Schöpfer selbst ist entgegen also der Mensch auch hier wieder erkennbar in seiner Doppel Geschlechtlichkeit männlich weiblich in einen die zwei seiten die eins sind ja aber um langsam doch zum Ende zu kommen für diesen langen Tag die Tav die Tau der letzte der 22 Buchstaben Zeichen die 400 es wurde schon des öfteren dazu was gesagt deswegen belassen wir es hier dabei noch einmal zusammen zu fassen Tau 400 das Ende der 22 Zeichen im Ursymbol das Kreuz wenn auch das noch liegende erst bei Christus im Neuen Testament wird das liegende Kreuz aufgerichtet und der Messias begibt sich an dieses Kreuz an die Vielheit der Materie als die Einheit ihm gegenüber und dabei sprechen wir zum zweiten Mal diese 1 und 4 Gegenüberstellung an und das soll dann auch den Abschluss bilden die Taf ist die 400 die Aleph ist die 1 und wir haben schon gesagt Aleph Taf ist ein Wort was in der Bibel immer wieder auftaucht oft als Et nur zu einer Art grammatischen Füllwörtchen deklassiert in Wirklichkeit aber eben das Ganze umfassend eben das Erste und das Letzte gleichzeitig das weibliche Du bedeutend dann At ausgesprochen anstatt Et und außerdem das Wort Ot könnte man so schreiben das ist das Zeichen und auch das Wunder im Sinne von Zeichen und Wunder und mit Et wiederum Et ausgesprochen wird gelegentlich eine Art Bei bezeichnet also das Wort Bei Et Harsinai könnte zum Beispiel Beim Berg Sinai direkt am Berg Sinai bedeuten und laut Alfred Liebezahl kann man wahrscheinlich auch von dieser Bei Bedeutung das Wort Begegnung ableiten so dass er gelegentlich das Wort Et Aleph Tav ganz umfassend versucht zu beschreiben als das Du Wunder der Begegnung und ich denke auch wenn das vielleicht abstrakt wirkt auf den ersten Blick kann man sich doch auf jedes Element dieses zusammengesetzten Wortes einmal einlassen und versuchen zu erfassen was da eigentlich drin steckt das Du Wunder der Begegnung also Alfred Liebezahl Axel Nitschke sein bürgerlicher Name sein Andenken zum Segen er wohl in der wahren Welt inzwischen aber hat zumindest diesem demütigen Knecht der hier am reden ist von dem er nur sehr wenig Ahnung hat mir meiner Seele hat dieser Axel Nitschke sehr sehr viele Tore eröffnet und Gott sei aber Dank für diesen Menschen und für die Begegnung mit ihm mögen noch viele Menschen ihm und seinen segensreichen Worten begegnen dürfen jedenfalls dieses Aleph Tav aus der 1 und der 400 der erste und letzte Buchstabe dem gegenüber könnte man das Wort aus J nehmen das ist dann das Meer unter anderem es ist aber gleichzeitig auch die Plural Endung auch die Dual Endung dann anders ausgesprochen Plural Endung ihm männlicher Plural beziehungsweise allgemein auch Plural Majestatis wie Elohim Gott die Gottheit die Mannigfaltigkeit der Gottheit und AIM als Dual ausgesprochen aber immer noch Jotmem geschrieben das Leben ist ja ein Dual Wort im Hebräischen weil eben beide Seiten gemeint sind das Leben hier und das Leben jenseits unten und oben und dann sagt Lechaim aufs Leben dann heißt es eigentlich auf die leben in dem Sinne ist ja auch das deutsche Wort Leben ein Plural Wort weil im Plural es immer noch genau gleich klingt wie im Singular jedenfalls Jotmem gegenüber der Aleph Taf ist dann die 10 40 sowie die 1 400 alles umspannt von ganz außen auf beiden Seiten ist ist die Jotmem das Meer also dieses umfassende Reservoir an Wasser an Zeit erleben in dieser alten Symbolik dieses Siam Siam das gleichzeitig auch einfach die Vielheit an jedem Wort kennzeichnen kann als das Im oder eben die Doppelwertigkeit bei einem Dualwort wie bei Chaim dieses Jotmem ist dann die 10 40 also oft die Gegenwart plötzlich das was in der 1 400 von Aleph Taf die 1 des Ursprungs und die 4 die Welt in ihrer völligen Ausprägung und Ausbreitung bis in die zukünftige Welt hinein das ist dann die 10 40 in der Gegenwart die Einheit und die Vierheit in der Gegenwart und diese beiden Zeichen Jot und Mem haben dann nur noch 2 zwischen sich und das ist die Kaff und die Lamed die 20 und die 30 und aus diesen setzt sich das Wort zusammen Kol Kol ist alles das Ganze die Vollenden oder die Braut Kalah das ist nämlich die Vollendete Der Zahlenwert von diesem Kol ist die 50 zu dem wir auch schon das ein oder andere gesagt haben und in diesem Sinne umfasst also das Jam das Mehr und gleichzeitig der Plural von jedem Wort zumindest es ist eigentlich der männliche Plural zum Thema männliche auch schon einiges gesagt männliches Prinzip und dieses J Mem umfasst also direkt klammert ganz handfest ganz eng alles ein wogegen das Aleph Taf das Et und das At das Du das weibliche Du das also erscheinende die entgegentretende Du das klammert auch alles ein aber viel weiter sozusagen viel abstrakter noch viel viel mehr umgreifend als nur dieses Col nur dieses alles nämlich das ganze Exil in allen seinen Dimensionen und wir haben ja im Laufe dieser Buchstaben und Zeichen Folge gelernt dass eben nicht nur die materielle die physische Welt mit diesem Exil gemeint ist wenn auch sie sozusagen der Körper dieses Exils ist das handfesteste aber Folge der Zeichen drückt sich eben das gesamte Schicksal der Schöpfung des Menschen in diesem Exil aus damit immer das eingebordene sein des Erlebenden in dieses Gespinst einer Gefangenschaft in diese Bindung durch das Exil und hier haben wir also die 1 und die 4 in ganz unterschiedlichen aber dennoch sehr eng miteinander verwandten Ausprägungen eben einmal als die 1 400 et ad aleph tav und einmal als die 10 40 yang oder im Ai und diese 1 4 und unnötig eigentlich zu erwähnen aber sicherheitshalber sei es noch mal getan ohne die Schriften Friedrich Weinrebs beziehungsweise ich habe erst eigentlich bei Axe Nitschke auch das erste Mal von Weinreb zumindest bewusst gehört ohne diese Schriften also von anderen Menschen auf deren Vorarbeit ich hier weiter aufbauen darf für mich selbst ohne diese Hinweise wäre ich wahrscheinlich niemals darauf gekommen das ist eben auch der Sinn der wirklichen Überlieferung im Sinne Kabbalas im Sinne des Wortes Kabbala das ist eben Kibel der Stamm gleichzeitig ein Empfangen wie ein Weitergeben das eine geht mit dem anderen einher indem man etwas weiter gibt empfängt man auch schon wieder was hier wenn ich etwas erzähle einfach ein bisschen Brainstorming betreibe was mir so assoziativ kommt immer wieder auf Abwege auf Abschweifungen geraten da habe ich selbst wahrscheinlich am allermeisten davon schon deswegen weil vielleicht nie jemand diese Videos oder diese Tonaufnahmen sich anhören oder anschauen wird aber auch so selbst wenn es alle Menschen auf Erden sehen würden ich würde mich nicht wundern wenn ich doch der bin der noch das meiste davon hat einfach weil ich es hier eben auch wieder keuhe was im laufe der jahre mir so zugekommen ist und indem ich es also weiter gebe oder es versuche empfange ich umso tausendfältiger zurück das das kabbalah gerade in dem schon einmal zitierten oder als empfehlung genannten hauptwerk oder grundlagenwerk von Friedrich Weinreep schöpfung im wort fängt eigentlich das ganze buch genau damit an mit dieser eins und vier und ich hatte schon einmal das wort dunst auf hebräisch ad alef dalet geschrieben also eins vier genannt er steigt nämlich auf im zweiten schöpfungsbericht vom erdboden befeuchtet die erde damit sie fruchtbar sein kann damit die erde weich zum formen wird um dann den menschen körper daraus zu formen aus diesem afar adamar aus dem staub von der adamar vom erdboden um dann den gottes odem diesem geformten menschenleib einzurauchen dafür also ist dieser 1 4 in ihrer ganz ursprünglichen form eben als 1 und 4 dafür ist dieser et also am anfang der bibel vorhanden aber etwas versteckter taucht eben dieses 1 4 prinzip auch im baum des lebens und im baum des wissens um gut und böse auf denn wenn man die zahlenwerte aller zeichen dieser beiden begriffe jeweils zusammenzählt kommt man und das nun wirklich kann man nicht anders als erstaunen bestaunenswert erstaunlich beeindruckend bis hin zu umwerfend fast schon schockierend empfinden meiner bescheidenen meinung nach da ist nämlich 1 im zahlenwert 233 und der 1 der baum des wissens von gut und böse um gut und böse ist 932 und diese beiden werte stehen genau wirklich auf den einer genau im verhältnis 1 zu 4 also 233 mal 4 ergibt eben diese 932 damit nicht genug auch im mythischen bild was dann in der sprache der bibel oder in der traditionellen übersetzung von diesem urtext geliefert gegeben dargeboten wird findet sich dann der strom der aus dem paradies entspringt aus dem gang naiden aus eden glaube ich wird nur gesagt also aus der wonne entspringt dieser nachhall dieser fluss dieser strom nachhall heißt auch das erben also was man ererbt was einem mit diesem fluss der zeit zukommt das spaltet sich auf in die vierheit von vier dann auch namentlich genannten flüsse die natürlich auch noch bestimmte charakterisierungen haben die auch faszinierend sind aber jetzt nicht thema sein sollen da haben wir also auch direkt dieses prinzip der großen einheit die sich in die vierheit aufteilt und hier gegenübersteht und das finden das in der ganz natürlichen welt im sinne der hand des daumens der einheit gegenüber der vierheit der finger und gerade das macht eben dieses greifen wie es der mensch kann aus dass die vierheit an sich ist nur eine pfote der daumen alleine wäre auch nicht besonders hilfreich aber das zusammenspiel von beiden das ist was dieses menschliche wo sich eben die zusammenkunft von einheit des himmels gottes der vierheit des irdischen der welt der schöpfung zu diesem ja zum menschlichen in seiner höchsten form ausdrückt und es gibt noch viele andere beispiele dann bitte ich doch bei Weinreep einmal wirklich nachzulesen nachzuhören aber auch Dieter Mjonskes Videos bei youtube heutzutage sind sehr empfehlenswert unter anderem zu dieser ich glaube eins seiner ersten videos wenn nicht sogar das allererste auf seinem kanal bei youtube trägt auch genau diesen titel das 1-4 prinzip und da wird es dann noch sehr viel schöner als erklärt aber auch sowas wie die Stammeltern von den zwölf Stämmen Israels der eine Vater Jakob mit seinen vier Frauen Rachel Lea Bilha oder das Verhältnis von einem Atemzug Einatmen und Ausatmen und vier Herzschlägen was wohl schon relativ deutlich der Durchschnitt sein dürfte im Verhältnis dieser beiden Lebensäußerungen zueinander dann der Kopf als die Einheit gegenüber der Vierheit des restlichen Körpers sei es im Sinne der vier Gliedmaßen zwei Arme zwei Beine oder auch in der eher altethymischen Darstellung die vier Gelenke also das Halsgelenk dann das Hüftgelenk dann das Kniegelenk und nochmal das Fußgelenk was dann also vier Abschnitte von unten nach oben des Rumpfes einteilt und dann oben der Kopf der als steuerndes Element für diese Vielheit fungiert und so ungefähr ist das Verhältnis immer die Einheit soll über die Vierheit herrschen aber dadurch ist nicht das eine oder das andere besser sondern beides gehört zusammen und bildet sozusagen dadurch die innere Struktur der Fünfheit des Fruchtprinzips was eben aus der Hochzeit von Himmel und Erde entsteht das Kind der Mensch das Kind Gottes sei es als der der den langen Weg noch gehen muss als der erste Adam sei es als der Heimgekehrte der letzte Adam Christus der Messias oder sei es wie es dann die tieferen Auffassungen der Überlieferung deuten der erste und der letzte Adam das ist einer das ist einfach der Sohn Sohn des Menschen wie Sohn Gottes und auch die Rede vom Messias als der erst gezeugten Seele die aber als letzte hinabsteigt in dieses Exil auch diese Rede meint im Kern genau das am Anfang und am Ende stehen zwei scheinbar ganz unterschiedliche Menschen aber natürlich sind sie eins und die Bibel entfaltet dieses Wunder bis in die kleinsten faszinierendsten Details die sich einem einzelnen Menschenleben niemals in aller Fülle erschließen könnten und was heißt in aller Fülle so weit wollen wir gar nicht reden geschweige denn also gar nicht denken geschweige denn reden nur so kleine Bruchteile können uns hier zuteil werden und die sind schon so gewaltig dass wenn wir wirklich unser Leben darauf ausrichten die von einem Wunder zum nächsten manchmal sanft geleitet manchmal geschubst gestoßen geprügelt auch manchmal werden aber im Guten wie im Schlechten im Angenehmen wie im Herausfordernden hat man an einem niemals Zweifel es ist alles so wundervoll wunderbar voll Wunder wie dieses Wort wundervoll eigentlich meint Gott ist groß das ist so das was immer mitschwingt wenn man das Treiben dieser Welt in diesem Lichte erfahren darf Halleluja das warst an jetzt aber auch Shalom an Eichem gepriesen der Heiligen Namen des Ehren Gottes Wollut HaShem vielleicht bis zum nächsten Mal so Gott schenkt lebe die